Widerstand geht man mit den Knien in den Dreck. Wofür? Widerstand ist kein Konsumgut. Es kann ja nicht angehen, dass ihr euch durch mein Verhalten des Widerstands unterhalten fühlt. Lieber wäre es mir, wenn ihr anfangt euch zu engagieren, anstatt mir zuzugucken. Widerstand ist kein Konsumgut. Widerstand ist kein Konsumgut.